Dreimal günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände für unseren Outdoor-Sport. Das ist der 20. Flotten Dreier mittlerweile. Eine Art kleines Jubiläum. Das macht mich sehr glücklich, dass euch die Reihe nach wie vor so gut gefällt. Für die heutige Folge einfach dranbleiben. Heute im 20. Flotten Dreier der günstigen Ausrüstung schauen wir uns wieder einige praktische Sachen an. Alle Links zum Gear gibt es unten in der Beschreibung. Schau gerne mal rein. Als erstes eine praktische Taschenerweiterung bzw. Zusatztasche von Taschef. Für ungefähr 22 Euro gibt es zwei Taschen, die jeweils 4 Liter Fassungsvermögen haben. Sie haben die Maße 34 cm Höhe mal 10 cm Tiefe mal 15 cm Breite bei einem Gewicht von 220 Gramm zusammen. Die Taschen bestehen komplett aus Ripstop-Nylon und haben an der Rückseite zur Befestigung mehrreihige Molle. Die Mollestaufen sind knapp 3 cm breit und der Reißverschluss ist zweiwegig. Die Zusatztaschen haben keine zusätzlichen Unterteilungen, was ich als sehr gut empfinde. Somit bekommt man auch größere Sachen hinein und kann sich die Ordnung selber aussuchen. Die Taschen gibt es in vier Farben, unter anderem Oliv oder das je gezeigte Grau. Um sie gut zu befestigen, ist es ratsam, einen Rucksack mit Clip-Kompressionsriemen zu haben oder kleine Extra-Karabiner an der Tasche zu befestigen, um so möglichst einfach die Tasche entfernen und wieder befestigen zu können. Ebenfalls kann man die Tasche natürlich als Ordnungstasche zum Beispiel, um darin sein Kochset unterzubringen, verwenden. Die Taschef Zusatztasche ist bei mir genau dafür in Benutzung. Als kleine Ordnungstasche von 4 Liter Volumen, um mein Kochset gebündelt im Rucksack zu haben oder bei Bedarf außen zu befestigen. Praktisch robust und zu einem vernünftigen Preis. Top! Als zweites heute schauen wir uns eine kleine Reise-Erste-Hilfe-Set-Tasche an. Man hat nicht immer Lust, die großen Sets mit sich rumzuschleppen und bei kleineren Touren in der Nähe der Zivilisation mit schnellen Rettungsmöglichkeiten ist ein Riesenset auch gar nicht notwendig. Dieses kleine Set von WundMet kostet ungefähr 4,30 Euro und wiegt 99 Gramm. Es hat die Maße 11 cm lang, 7 cm hoch und 5 cm breit. Es ist in Rot mit leichtem Nylon-Material und hat auf der Rückseite eine Gürtelschlaufe. Das Set ist 32-teilig und hat alles dabei, was man für die kleine Wundversorgung braucht. Die genaue Liste kann man dem beigefügten Link entnehmen. Unter anderem sind natürlich Pflaster, Kompressoren, Tasche, Schere und Tape sowie Binden enthalten. Ich benutze das Set gerne bei kleineren Touren, die ohne große Entfernung zur Zivilisation stattfinden. Wanderungen, Ausflüge, auf denen es einfach praktisch ist, kleinere Wehwehchen behandeln zu können. Ich rate natürlich dazu, wie immer, das Set nach den eigenen Bedürfnissen zu erweitern. Zum Beispiel Kopfschmerztabletten, Frauenhygiene, Lippenbeisamen im Winter zum Beispiel. Ein nettes kleines Set für einen guten Preis. Und sollte das ein oder andere aus dem Set ausgehen, kann man es ja sehr leicht mit Ersatz aus der Apotheke auffüllen. Als letztes noch was Kleines und Praktisches für wenig Geld, das wohl eher wenige kennen. Ein kleines Gadget, mit dem man vielleicht gar nicht mehr eine teure Extraflasche für den Outdoor-Bereich kaufen muss. Dieser kleine Flaschenhalter mit Karabiner kostet je nach Ausführung und Lieferzeit zwischen 1,50 Euro und 5 Euro. Mehrere Vorschläge findest du, wenn du unten auf den Link klickst. Meist wiegt der Halter ungefähr 20 Gramm und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Dabei ist er meist nicht größer als 7 cm. Wie man sieht, kann man damit ganz einfach eine handelsübliche Plastikflasche, zum Beispiel von Coca-Cola Company, anknipsen und am Gürtel tragen. Einfach abnehmen, trinken und wieder an die Gürtelstaufe oder an den Riemen am Rucksack wieder anknipsen. Klein, praktisch und gut. Auch für die Kinder, falls sie noch keine eigene Flasche bekommen sollen oder man einfach Geld sparen möchte. Wir haben bei den Fahrtfindern immerhin auch keine extra teuren Flaschen benutzt, sondern einfach dicke Cola Flaschen. Ja, das war der 20. Flotte 3er. Heute wieder mit ein paar kleinen Gimmicks dabei, die einfach praktisch sind. Einfach mal ausprobieren, vielleicht auch direkt aus China von Gearbest bestellen. Ihr habt natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung. Einfach mal durchklicken. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach draufklicken, da kommst du zu weiteren Flotten 3ern und anderen Ausflussungsvideos. Und hier unten rechts auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren oder meinen Hauptkanal, meinen Outdoor-Kanal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.